Zur großen Deutschland-Premiere von Disney on Ice, das zauberhafte Eis-Festival, kamen viele Prominente ins Berliner Velodrom. Auf dem Eis gaben sich die berühmten Figuren aus den Disney-Filmen einstellig ein. Hier sah man die Schöne und das Biest genauso wie die spannende Geschichte der Eiskönigin. Auch mit dabei Figuren aus Ariel, die Meerjungfrau. Grund genug für Kathi Witt, die Essgewohnheiten zu überdenken. Sebastian, der Hummer, der ist einfach sehr, sehr niedlich auf dem Eis. Wie er da tanzt, habe ich gedacht, oh nein, also eigentlich darf kein Hummer mehr bei mir auf dem Teller landen. Mal sehen, wie lange das vorhält. Aber gerade die Meerestiere sind oder überhaupt die Tiere natürlich sind sehr charmant umgesetzt in ihren Kostümen. Es ist alles sehr farbenfreudig und es ist wirklich eine wunderschöne Welt, die da auf dem Eis stattfindet. Auch die anderen Promigäste hatten viel Spaß bei der Show. Sehr gut. Ich meine, man hat es ja auch erlebt, wie die ganzen Kinder mitjubeln und mitsingen können. Natürlich der Höhepunkt, die Eiskönigin. Ich verwechsel das immer, aber Anna und Elsa auf jeden Fall. Fantastisch. Ganz, ganz zauberhaft. Und ich bin total begeistert. Diese Eisläufer und diese ganzen Geschichten von Walt Disney, also Ariel und die als Meerjungfrau, dann die Schöne und das Biest. Also man fühlt sich wieder wie als Kind und diese Farben, diese Bewegungen und diese ganzen Kostüme und dieser Frohsinn der Leute, es ist wunderbar. Disney on Ice tourt noch die nächsten zwei Wochen durch Deutschland und wird nicht nur jede Menge Kinder begeistern. Und ich bin total begeistert.